Sie sind nicht nur Idioten, Sie sind auch kriminell. Kriminelle Idioten. Kriminelle, idiotische Killer, wie sich hier zeigt. Das Ganze war mein... Ihr Fehler, ja! Dass Sie sich als mich ausgegeben haben. Und Ihr Fehler war, Ihnen nicht zu verpetzen, solange die Patientin noch am Leben war. Was Sie hatte, war leicht zu behandeln. Sie könnte locker noch leben. Die Therapie war so simpel. Vielleicht können wir Sie ja noch retten. Haus. Haus. Haus, Sie ist eindeutig tot.